Gut gelaunt kehrten die BVB-Stars um Torschütze Julian Weigel am Tag nach dem 2-1-Erfolg bei Sporting Lissabon zurück nach Dortmund. Bereits in zwei Wochen kann die Borussia das Ticket fürs Achtelfinale der Champions League lösen. Nach der Ankunft am Dortmunder Flughafen ging es für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel direkt weiter auf den Trainingsplatz. Lange Zeit, sich auf dem Sieg in der Königsklasse auszuruhen, bleibt schließlich nicht. Bereits am Samstag muss Schwarzgeld beim sieglosen Bundesliga-Schlusslicht FC Ingolstadt ran. Ein Erfolg bei den Schanzern ist Pflicht, um in der Liga nicht frühzeitig den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.